Willkommen zurück zu Let's Play Disney, äh, Disney's Donald Duck Quick-Tag. Ja, wir haben die erste Welt erfolgreich abgeschlossen und im Ladebildschirm wird mir auch gezeigt und wir haben 18 Prozent des Spiels schon durch. Wie gesagt, das ist ein relativ kurzes Spiel. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Episode. Wir sind in Entenhausen angekommen, wo wieder was auf uns wartet. Parkstraße. So, dann kommen wir gleich mit der Parkstraße an. Oh, das ist, glaube ich, mein Lieblingslevel, wenn ich mich in Sinne. Richtig in Sinne. Also. Ja, das ist mein Lieblingslevel, wie. Das macht Spaß. Das kennt ja, glaube ich, auswärts, das Let's. Ey. Hallo. Ja, dieses Spiel gibt es, glaube ich, auch in der Demo-Version. Und deswegen habe ich das damals so oft gespielt, als ich das Spiel auch noch gar nicht hatte. Ich erinnere mich da kaum noch dran, aber das ist, äh, das Level hier, aber ich mich natürlich... So, jetzt sind wir aus der Suche nach Lokomontiv und nicht mehr nach Teddybären. So. Oh, ja, die Milton, die waren cool. Da muss man drauf springen, weil, wenn die mit ihrem Besen rum... ... äh, wedeln, ähm, geht das nicht. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich die Mitte treffe. So, Mitte getroffen, sehr schön. Und weiter. Jetzt muss ich mich einfach beeilen. So. Buch. Äh, nicht geschafft. Nochmal. Und weiter geht's. So. Donald, Donald, Donald. Donald, Donald, Donald. Ich mag dich, Donald. So, ja, der Sprung, da bin ich schon oft dran gestorben. Ja. Ah, wie gesagt, das ist sehr, sehr lange her. Und die Jahre nenne ich ja sowas immer noch, ja. Ey, kommst du. Ja. Nein. Ach, ich dachte gerade schon. Ich bin beinahe meinen ersten Sternverfall. Oh. Okay, da oben sehen wir ein Lokomotiv, das heißt, ich muss ein bisschen erst rein. Buch schlagen. Und hin da. So, und umfinden wir ein weiteres Leben. Äh, jetzt müssen wir uns noch aufpassen. Erstmal hier rein, dann hießen wir das Boss-Warp-Ding da. Okay, weiter geht's hier nicht. Und damit hätten wir das Level auch schon. Hammer. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher, ob das jetzt alles war, um ehrlich zu sein. Oh, und da sehen wir auch schon, was der erste, äh, was der Endboss wird. Oh, 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 die Panzerknacker. Na, dann begeben wir uns mal, äh, auf den Weg zu denen. Direkt mit dem zweiten Level, machen wir direkt weiter hier. 2D, ich hab gesagt. 2 sind 3D, 2 sind 2D. Aber, das ist alles. Warum sag ich 2D? Ich bin Sidescrolling. Wow. Okay. Ja, ich rushe hier so ein bisschen durch. So, erst noch Motive. Ja, au, auch war knapp. Hier, lass mit dem Bühnchen bei, wenn er überhaupt knapp ist, hier. Na ja. Egal. So, lustige Trampolin, äh, Verdecke. Robo Lutz. Da, 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 ich bin unsterblich. Ich bin Donald Duck, ich muss Daisy retten. Go, wow, da wär ich gestorben. Moment, da hab ich noch irgendwas übersehen, das war klar. Es war klar, dass ich irgendwas übersehen hab. Okay, 11 Sekunden für, oh Gott. Das heißt, ich muss mich, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das war leicht. So. Und weiter geht's. Wow. Ganz bö, ich hab die Sterne übersehen, das ist mir egal. Egal. So, mein Freund. So geht das, mein Lieben, Leute. Wow. Okay, da ist nichts mehr. Muss ich, glaub ich, ein bisschen aufpassen, dass ich keine Puste-Dinger erwische. So. Ich hab das natürlich gesehen, dass hier was liegt. Wir haben schon 20 Leben, also ich glaub, allein diese 20 Leben, die werden wir im kompletten Spiel nicht mehr verbrauchen. Obwohl, ich unterschätze das jetzt mal lieber nicht. Warte. Wo ist denn bitte mein, das, mein Buch? So, weiter geht's. So, Leute, weiter geht's. Ja. Äh. Ist die Zähne vor noch gestellt. Egal. Äh, wir gehen, da war das jetzt zu früh, war da noch was in dem Level zu holen? Ich weiß, es ist nicht egal, wir gehen jetzt in das dritte Level rein. Dum 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 dum. Tricks Dächerkurs. Okay. Und scheint das, das Zeile, scheint das rechts oben immer mit der jeweiligen Person zu tun zu haben. Weil eben war's, tja, das war knapp. Ticks Dingsda, Kurs, wie auch immer. Ticks Dingsda, Kurs, wie auch immer. Und vorher leckte ich doch. Oh mein Gott, oh mein Gott, war gut, egal. So. Nochmal den Maler-Kill. Ja, der hat falsch gestrichen. Dann den Typen mit der Bora. Ja. Über das Ding drüber gehen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass ich nicht wieder abstürze. Wir haben auch eine Dokumotive. Erst kurz drüber gehen. Kann ich mal Stern ein-sammeln. Äh, wie komme ich denn wieder hoch? So. Okay. So. Weiter geht's. Ach du Scheiße. Weit kommt hier. Okay. Metall. Wir balancieren noch Stangen. Zum Glück Star ist jetzt nicht in 3D, weil dann hätte ich ein Problem. Aber ist es ja nicht. Gut. Oh, verdammt. Verdammt. So böse. So, blubberlutsch. Wir sind jetzt wieder unbesiegbarer Donald. Und doch nicht mehr ganz unbesiegbar. Verdammt. Gut, dass wir jetzt wieder blöd sind. Oh Gott. Aufpassen. Und drüber. Und den da auch killen. Und, äh, und nicht da rein. Und nicht da rein. Die Kickbox treten. Und dann, ja, ich sag treten und springen auf. Aber gut, egal. Okay, wir haben jetzt ganzes Leben. So. Ein Leben. Ein, 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 ein. Wow. Das war knapp. Heureka. Okay. Wieder ein Speicherpunkt. Da ist auch wieder das letzte Buch, wenn ich das richtig sehe. Wow. Kickwando. Wo ist das? Da. Sehr schön. Das dritte Spielzeug erhalten. Okay, die drei hier. Dann müssen wir drunter. Oh Gott. Ich dachte schon, ich hätte jetzt den bisschen Fail hingelegt. So. Die Bass. Boss. Warp. So ein Ding. Oh Gott. Hätten haben wir jetzt auch. Das heißt, es fehlt nicht mehr. Fehl. Eigentlich könnten wir jetzt aus dem Level raus. Fragst du, wo der Ausgang ist? So. Der Ausgang ist. Nicht hier. Verdammt. Hallo, Ausgang. Das ist der Ausgang. Ja. Und damit machen wir auch Schluss für jetzt. Und, äh, ja. Joa. Ich sag, viel Spaß mit den Videos. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns für das nächste Mal wieder mit dem letzten Level und dann den Panzerknackern. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer Hiri. Bis zum nächsten Mal.